hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute gibt es die in style box die habe ich abonniert die kommt ja meine ich alle also jedes quartal oder ich weiß es doch selber nicht mehr ich glaube die kommen jedes quartal ja wie die luxury box oder täusche ich mich nein das müsste passen die ist auch ein bisschen teuer ich schreibe es euch hier einmal hin ich meine das war irgendwas um die 30 euro hat natürlich auch einen höheren wert und wir gucken uns das ganze mal an das ist jetzt die herbst box sage ich dann mal fall edition 2024 genau da haben wir einen zettel drin und hier ist auch aber was zum scannen da kann man wahrscheinlich ein bisschen was da geht zum digitalen magazin genau da kann man was über die box lesen im grunde sind da immer die gleichen produkte und ich glaube es kann minimal abweichungen geben aber auch mehr in der hinsicht vielleicht dass die produktart gleich ist aber vielleicht meine geschmacksrichtung oder so sich unterscheidet in der in style box finden wir nicht nur beauty da finden wir auch so ein bisschen lifestyle food drink so ein zeug auch genau ich würde sagen wir fangen direkt mal an ich bin super gespannt was so drin ist als allererstes sehe ich hier etwas was ich richtig cool finde weil ich liebe ampullen und zwar sind das welche von frei öl da hatte ich auch noch nie welche interessiert mich mega youth power concept 7 ampullen straff und aufpolsterung das kann ich immer gut gebrauchen so sehen die aus und ich glaube die sind auch nicht gerade günstig ich meine die haben auch irgendwas um 6 7 euro wert wenn ich mich täusche genau finde ich richtig richtig gut da freue ich mich mega drüber dann habe ich hier auch etwas größeres und zwar von just spices ist auch sehr interessant pomodoro klassische tomaten soße das finde ich super weil oftmals ist ja in den boxen oder auch adventskalendern von solchen marken auch oftmals was drin was man vielleicht gar nicht so unbedingt braucht oder ich sage mal so das kann so gut wie jeder nicht jeder aber so gut wie jeder kann das sicherlich gebrauchen stellt man in vorratsschrank und man kann es halt wirklich testen und das ist sinnvoll deswegen freue ich mich hierüber auch mega mega doll besser als wäre es jetzt irgendein fertig produkt wie so zum beispiel chili con carne im glas das ist immer nicht so meins aber über so eine tomatensauce freue ich mich total beim nächsten produkt sind wir bei ofra signature palette ich hatte noch keine palette von ofra um ehrlich zu sein so sieht das aus ist ja wirklich eine teurere marke das wird auf jeden fall ordentlichen wert haben ich hole das ganze mal raus das sieht so aus das schlichte ofra design das kennt man ja glaube ich wenn man sich die marke schon mal angesehen hat okay das ist eine ganz ganz dezente palette ich denke dass es auch für viele leute was also ich glaube das ist sehr ansprechend ich glaube weil ich von denen halt noch nie was hatte werde ich die auch testen die werde ich behalten ich kann euch das auch gerne einmal swatchen weil ich sie halt behalten werde so ich gehe mal in den ton rein mal gucken wie das aussieht ich bin sehr gespannt das könnte auch gut dann so eine reise palette sein weil damit kannst du halt wirklich schöne nude looks schminken ich swatch das einmal gerade für euch da seht ihr das also ich denke wirklich das ist so für die breite masse ist das eine palette die man sehr gerne benutzt würde ich sagen geht mehr ins warme auf jeden fall ganz eindeutig sind eher wärmere töne aber sind auf jeden fall nicht schlecht ich habe auf jeden fall bessere paletten ich habe auch schlechtere qualität muss man halt den rest auf dem auge sehen werde ich aber auf jeden fall behalten und mal mit euch vielleicht meine first impression oder so austesten aber allein die palette hat glaube ich auf jeden fall den wert der box schon rausgeholt also ich glaube ich hatte jetzt hier noch zehn prozent code aber allein die palette müsste so ich glaube schon um die 30 euro liegen deswegen schon mal nicht schlecht dann haben wir von no cosmetics ich glaube tatsächlich heißt es nö cosmetics eigentlich oder dieses durchgestrichene o wird wie nö ausgesprochen oder nö cosmetics aber ich sage jetzt mal no cosmetics weil fast jeder sagt das ist ein produkt ohne parfum was sehr gut ist vitamin c creme das ist super mit fünf prozent vitamin c camellia oil bioflavonoid ich weiß nicht was das ist schützt vor freien radikalen unterstützt die hautregeneration das ist super das ist dann natürlich auch gut wenn man zum beispiel pickel narben oder sowas hat dass die haut sich regenerieren kann und ja das ist mega ich hatte auch noch nie was von denen glaube ich es kann sein dass ich zu hause was habe aber ich habe noch nichts bisher getestet von daher finde ich das richtig gut das werde ich auf jeden fall selber testen dann haben wir etwas was zusammenkommt was auch super ist und zwar von sante naturkosmetik deep repair shampoo und deep repair conditioner so sieht das aus sehen der naturkosmetik marke sante und ich weiß nicht wie gut mir das shampoo und so generell shampoo und conditioner gefallen werden weil meistens ist es wird ja wahrscheinlich dann ohne silikone sein und das finde ich meistens nicht so gut aber ich werde trotzdem austesten ihr werdet zu meinem aufgebrauch hören aber kann auch ein bisschen dauern ist mit squalan und es hat einen dreifach protein komplex soll reparieren und regenerieren trockenes strapaziertes haar das trifft auf jeden fall auf mein haar zu ich werde sehr sehr gerne mal testen vielleicht haut mich ja doch auch aus dem socken man weiß es nicht dann haben wir hier als nächstes was von alverde eyeliner automatic 18 smoky black so das heißt einfach ein schwarzer cool kajal oder gel genau einen gel liner oder so sieht es aus ich glaube es kennt man ja zum hochdrehen so ist schön schwarz werde ich nicht anrühren geht an euch weil benutze ich einfach selten oder eigentlich nie um ehrlich zu sein aber ist natürlich trotzdem cool also der wert der box ist schon mega dann habe ich hier von peter thomas roth clinical skincare 24k gold mask pure luxury lift and firm das heißt also die ist anti aging so sieht das aus einfach gold in der tube und da habe ich tatsächlich habe ich noch nicht getestet aber da habe ich tatsächlich die große maske von ich habe so einen ganzen pot das habe ich mal aus dem trashy ich glaube das erste mal als trashy von den mädels wieder kamen war da ein riesen pot drin den habe ich mir rausgenommen aber tatsächlich noch nicht benutzt da bin ich gespannt das heißt die werde ich wahrscheinlich das kleine pröbchen werde ich dann wahrscheinlich weitergeben weil ich habe die in groß und dann könnt ihr das vielleicht auch mal testen wenn ihr das bei mir gewinnt demnächst wenn ich den kalender verlose den ich immer packen für euch und wir haben einfach immer noch zwei produkte hier drin das finde ich mega weil für 30 euro da haben wir echt schon tolle produkte drin und ich finde bis jetzt alles eigentlich echt ganz gut in dieser box da haben wir von compete anti pickel patch das wusste ich auch nicht dass compete anti pickel patches hat kennt man natürlich so für blasenpflaster ich glaube dafür ist compete einfach bekannt hier sind reinigende pickel patches soll reinigen absorbieren und entfernen gegen pickel mit esser und hautumreinheiten da sind sieben stück wohl drin das sind so riesengroße teile ihr seht es ja hier kann man sich dann richtig falls man probleme zum beispiel auf der stirn damit hat oder in einem größeren bereich kann man sich dahin kleben ich muss sagen wenn ich ein pickel habe habe ich wirklich mal einen und meist hier in der lippen gegen das sind die schlimmsten finde ich dann habe ich aber immer mal ein deswegen ist es glaube ich für mich nicht so sinnvoll werde ich verlosen aber ich finde es auf jeden fall cool für leute die es betrifft ist das bestimmt cool dass mal auszuprobieren es gibt euch dann halt einfach abends drauf dann passt ihr nicht so dran da sind wirkstoffe drin die den pickel austrocknen sollen und so das finde ich an sich eine gute sache ich persönlich braucht aber nicht und dann haben wir noch als letztes ist das ein paar von sentier sentier lost summer oder toilette 10 milliliter nicht schlecht würde ich sagen also sagt mir jetzt gar nicht ich gucke mal kurz wo nach das riechen soll so ich habe jetzt was dazu gefunden und zwar 100 milliliter kostet 137 euro und dort steht lost summers lost summers fängt die sens der jugend ein und versetzt sie zurück in unbeschwerte sommertage an denen sie mit freunden lachen im herzen von lost summers vereinen sich die lebhafte noten von bergamotter nektarine und schwarzer johannisbeere die einen bis in frische früchte an sommernachmittagen erinnern das hört sich gut an nach nektarine und so johannisbeere also fruchtige sachen mag ich schon ich sprühe ihn einfach mal aber für alle die mich schon länger verfolgen ihr wisst ich habe es nicht so mit dürften also ich mag dürfte ich kann die aber nicht auseinander dröseln was da drin ist vom geruch her das fällt mir meistens schwer ich habe auch nicht so die beste nase deswegen ja ich sprühe mir das mal einmal auf um euch einfach so einen kleinen eindruck zu geben weiß ich nicht vielleicht wollt ihr das hören vielleicht auch nicht das riecht richtig gut das richtigen durch für mich ist noch ein bisschen starker sie müssen noch ein bisschen wedeln sage ich mal so ein bisschen der duft sich entwickelt aber er ist schön ja erinnert mich schon an sommer herbst finde ich geht aber auch noch und also an spätsommer und ein bisschen abends also ich finde sich dass es so ein super leichter duft ist so für tagsüber also das wäre es jetzt für mich nicht unbedingt aber so abend doch so einen abend und sommertag vielleicht abends bei freunden zum grillen draußen trinkst ein cocktail oder sowas dafür finde ich richtig richtig sehr gut ja also man riecht auf jeden fall das fruchtige raus das finde ich mega leute ich kann ja auch wenn also den finde ich wirklich persönlich sehr sehr gut und das war jetzt die insta box die erste die bei mir hier gesehen habt und ich muss sagen die hat mich komplett umgehauen ich finde sie mega ein zwei sachen die ich selber nicht anwenden kann aber trotzdem gut in dieser box finde also keine frage und super viele sachen die ich sehr gerne testen werde mich richtig darauf freue die ich auch noch nicht in anderen boxen unbedingt gesehen habe also wirklich neue produkte man kann ihr neue sachen austesten die ihr wahrscheinlich sonst auch noch nicht getestet hättet und das finde ich richtig richtig cool und ich freue mich schon auf die nächste box auch wenn es noch dauert schreibt mir doch auch gerne eure meinung rein oder lasst mir daumen nach oben da würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten video bis dann